Thronazistisch Football hier. Heute ein Special Guest. Malek, wir trainieren ihn heute. Bist du gespannt? Ja, ich bin auf jeden Fall ready. Schönes Wetter, kann losgehen. Wir werden ihn testen, machen einige Übungen und wir sagen, labern wir nicht zu lange. Legen wir los. Let's go. Nach vorne, okay, hinten durch, volles Fempo, kommst wieder, zack, dann wieder hier, dann Torball, zack, zack, wieder hier kommst, Torball, dann hier erster Kopfball, zack, anpassen, wieder nach hinten, zwei, zack, zack, dann flach wieder, wieder hinten durch, flach, lösen, Krieg, ja, zack, nach vorne, hier rundherum, spielen und gut. Also Freunde, erste Übung, jetzt wird's ernst und ich bin ready. Ja. Ja, komm, 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 komm. Bist du hoch. Ja. Weiter, weiter, weiter. Ja. Jetzt komm. Flach, komm, berühmten. Komm, 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 zieh, zieh, zieh. Und jetzt, hoch. Ja, boah. Flach, zack, weiter, 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 weiter. Ja. Aufwachen, aufwachen. Ja. Komm, 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 okay. Muss aber gesteigert werden. Deutlich. Deutlich. Und hier, fertig. Geh noch ein bisschen weiter, hier. Und dann kannst du mitnehmen. Okay. Der Kopfball war auch nicht optimal, glaub ich, oder? Der erste ist krass. Ja. Und der zweite ist im Sprung. Ja. Und go. Ja. Komm, komm. Tempo, Tempo, Tempo. Sehr gut. Weiter, hoch. Jawohl. Super, komm. Jawohl, jawohl. Jetzt komm, komm. Jetzt berühren. Und jetzt hoch. Komm, komm, komm. Raus nehmen. Ja, Junge. Sehr gut. Weiter. Andere Seite. Aufmachen. Tempo, Tempo, Tempo. Der Touch. Super. Und jetzt noch zu mir. Ja, sehr gut. Klasse. Blicke, sagen wir als Worte. Erste Übung ist durch. Jetzt werden wir zur zweiten Übung gehen. Dort ist der Fokus vor allem auf dem direkten Passspiel, Ballannahme und ansonsten auch an der Passqualität. Schauen wir, wie es dort so bei ihm ausschaut. Eins, go. Ja. Und schneller kick. Komm. Komm. Katsch. Jawohl, komm. Zwanzig. Starker Ball. Jawohl. Und direkt. Und Flachhals. Flachhals. Ja. Mit dem starker Ball. Schön nach hinten. 13. Noch mal bis zu mir. Komm, komm, komm. Ja. Und zu. Eins, go. Ja. Und schnell. In der Lauf. Stauberball. Ja, schnell nach hinten. Komm. Und nach vorne. Komm. Unterstützung. Ja. Eins, zwei. Schnell nach hinten. Komm. Acht. In den Lauf. Starker Ball. Jawohl. 13. Wieder nach vorne. Starker Ball. Komm, komm, komm. Bis zu mir. Zweite Übung gemacht. Jetzt gehen wir zur dritten Übung. Er hat mir gesagt, dass er auch Sechserposition spielt. Das heißt, wir machen eine positionsspezifische Übung. Ein Spielaufbau. Und somit auch lange Bälle, kurze Bälle. Und das aufdrehen als Sechser. Ja. Jungs, wie habe ich bisher geschlagen? Bis jetzt sah es gut aus. Ja. Jetzt kommen wir aber zur dritten Übung. Spezifisch für die Sechserposition. Also. Da muss ich liefern. Ja. Let's go. Und direkt. Ja. Genau. Und langer Ball. Komm. Ausmachen. Sauberballspiel. Komm. Ja. Ja, knapp. War gut, aber. Gute Aktion. Wieder ein bisschen wegschritt. Geholt. Und direkt. Komm. Ging. Jawohl. Schwarz. Gleich in die Mitte ziehen. Starker Ball. Oh, dicker. Guck. Lass mir sitzen, Mann. Guck, dich wechseln. Oh, ja. Direkt ins Bild. Ja. Sehr gut. Komm zusammen. Direkt, direkt. Ja. Gut. Ja. Lange Ball. Aufmachen. Weiter, weiter, weiter. Wegziehen, wegziehen. Und direkt. Ja. Gut so. Und Schwarz. Komm. Die nach vorne, die nach vorne. Komm. Es gehört dazu, wenn es sich läuft, wie man will. Der eine Ball liegt in meiner Heimat in Marokko. Der andere in Bremen, der andere in der Schweiz. Hat nichts mit Fußball zu tun. Egal. Lass uns doch mal ein paar, drei, vier geile Durchgänge kommen. Vollgas. Und ja, direkt. Komm. Gut so. Tief, tief. Lange Ball. Komm. Weiter, weiter. Komm. Ja, nix. Noch mal zwei, zwei, drei Bälle. Komm. Und direkt. Ja. Ja, tief. Lange Ball. Komm. Ja, jetzt ist es hin. Okay, komm. Nix. Und schnell. So, schnell. Ja. Gut, 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 gut. Ja, locker, locker, locker. Ja, komm. Jetzt zum Schluss machen wir noch eine Abschlussübung. Ich weiß, er ist zwar nicht der Stürmer, aber wir möchten ihn auch noch ein bisschen schießen lassen. Ja, weiter. Komm. Los. Los. Und komm. Schnell, schnell, schnell. Ja. Los. Weiter, weiter. Schnell, schnell, schnell. Ja. Los. Los. Komm, komm, komm. Los. Los. Training ist fertig und ja, Malek, wie hat es dir gefallen, komm, erzähl mal. Jungs, es war überragend, ich bedanke mich wirklich. Die Einheit hat sehr Spaß gemacht, Höhen und Tiefen, aber das gehört im Fußball dazu. An alle Leute da draußen, gebt Gas, lasst euch von nichts unterkriegen. Haltet zusammen, hatet nicht einander, sondern gebt Gas auf den verdammten Fußballplatz. Schöne Worte, so ist es ja. Danke, dass du vorbeigekommen bist, geiler Typ. Mach's gut, wir wünschen dir viel Erfolg weiter. Ich danke dir. Ciao, ciao. Ciao.